Die Haufe-Gruppe möchte als Software- und Lösungsanbieter nicht nur unsere Kunden hervorragende Nutzererlebnisse bieten, sondern eben auch unsere Mitarbeiter mit zielgerichteten Arbeitsmitteln ausstatten und diese in ihrer Arbeit unterstützen. Das bedeutet, dass die Endgeräte wie Laptops, Macs, iPads, Mobiltelefone in immer höheren Zyklen ausgetauscht werden müssen, um den technologischen Fortschritt standzuhalten. Und die Herausforderung dabei war vor allem natürlich auch die Kosten. Die CRG Meridian hilft uns bei innovativen Finanzierungsmodellen einfach diese Kosten in den Griff zu bekommen und aber auch mit prozessuellen Hilfsmitteln, Asset Management, Löschkonzepten, Verwertungskonzepten, Aufwände in der IT zu minimieren und für uns das Ganze verdaubar zu machen. Im Lifecycle Management beschäftigt uns vor allem mit der Fragestellung des On- und Offboardings von Endgeräten. Das heißt, wie kommt ein Mitarbeiter sehr einfach und sehr prozessorientiert zu seinem aktuellen Endgerät? Entweder steigt er bei uns als Mitarbeiter neu ein oder er ist am Lebensendzyklus seines alten Gerätes angelangt. Das heißt, hier ein sehr gutes Nutzererlebnis zu schaffen, ein wenig interaktionsgetriebenes Nutzererlebnis mit der IT und dann aber auch über den Lifecycle hinweg sicherzustellen, mit Serviceleistungen, mit Wartungsnotwendigkeiten, mit aber auch kurzen Iterationen, wenn mein Gerät zurückgeben werden muss und dann vielleicht ausgetauscht werden muss. Hier einfach Prozesse zu haben, die den Aufwand minimieren und dann natürlich am Ende des Lebenszyklus auch sicherzustellen, dass im Sinne einer Verwertung, vor allem auch Löschung, die Geräte im richtigen Zustand wieder zurückgehen, hilft uns und hilft auch den Mitarbeiter nur eine geringere Interaktionstiefe mit uns haben zu müssen in diesem ganzen Lifecycle-Prozess. Das Thema Automatisierung und Prozessautomatisierung treibt uns vor allem um. Kontext ist hier noch tiefer zu gehen, noch eine höhere Verzahnung der Systemlandschaften herbeizuführen. Wenn wir heute bereits das Tool Tesma von CHG nutzen, versuchen wir hier noch stärker in die Verzahnung mit unseren eigenen Tool-Landschaften, zum Beispiel ServiceNow zu gehen, wo wir plattformartig eine Vielzahl unserer Business-Prozesse heute abbilden. Hier hat sich vor allem als positiv herausgestellt, dass die CHG mit ihren eigenen Entwicklungsbemühungen sehr stark auf die Hinweise von Kunden eingeht und diese auch zeitnah an ihre Entwicklungsaktivitäten einbindet. Die Wahl von CHG Meridian als Partner war für uns im Rückblick eine richtige. Es hat uns geholfen, Schritte nach vorne zu machen, indem wir unsere Internetprozesse optimieren und automatisieren. Es hat uns geholfen, Zeit zu schaffen für wertschöpfende Aktivitäten in der Haufe-Gruppe. Und es hat uns auch einen Partner gebracht, der in der Lage ist, auf unsere Bedürfnisse einzugehen und unser Feedback in neue Lösungen einzuarbeiten. und das ist, was ich glaube, dass wir uns nicht wollen, dass wir uns nicht zähen können. Wir haben einen Partner für einen Kontakt zu können. Und wir wollen den Hard Und wir wollen den Haukraten auf die Möglichkeit, Untertitelung des ZDF, 2020